Jetzt geht das Ganze andersrum. Der Marc interviewt jetzt unseren Heiko. Ja, wunderbar, vielen Dank. Wir haben gerade die Seiten getauscht. Und jetzt bin ich dran, mit den Fragen zu stellen. Und auch ich möchte gleich vor Anfang wissen, wer ist Heiko Große im Bereich Kampfsport, Kampfkunst? Wie ist es los? Ja, wer bin ich? Also, wie gesagt, Heiko Große mein Name. Ich bin in meiner Funktion der Präsident und Head Coach der Caterine Society, was jetzt riesig klingt. Das heißt, ich stehe momentan einem internationalen, lockeren Verbund. Also wir sind tatsächlich ein Non-Profit-Verbund von Enthusiasten, die sich mit dem Heidel-Broadside und mit schottischen Kampfkünsten, historischen Kampfkünsten allgemein beschäftigen. und meiner Zweitfunktion bin ich dann natürlich auch noch der Cheftrainer und Vorturner der Deutschen Ableger-Schule. Und das Ganze der Broadside Academy Germany wurde letztes Jahr einstimmig dazu berufen, denn Chris Tomsky das Ganze ins Leben berufen hat, nachzufolgen als zweiter Präsident und Head Coach. Das heißt, meine Aufgaben sind jetzt im Prinzip vor allen Dingen auch unser Online-Programm zu betreuen. Wir haben ein Online-Programm, bei dem Enthusiasten auf der ganzen Welt geholfen wird. Das sind Einzelpersonen, das sind Pärchen, die irgendwo im Hinterhof trainieren. Das können aber auch schon richtige Gruppen sein. Das habe ich da auch schon richtig Gruppen gebildet, so wie meine Gruppe auch, mit fünf, sechs, sieben, acht oder mehr Leuten. Ja, wir sind jetzt momentan ungefähr bei zwölf. Und diese Gruppen betreue ich quasi. Das heißt, jede Woche kann jemand seinen Trainingsbericht, auch mit entsprechenden Trainingsvideos zu uns schicken und wir korrigieren die. Wir trainieren ja nach historischen Anleitungen, haben allerdings ein grundsätzliches Programm mit Grundtechniken schon entwickelt, aus diesen Quellen herausgezogen. Und die Leute können dann im Prinzip das erstmal trainieren. Und wenn sie dann zertifiziert sind, das klingt jetzt auch wieder so bombastisch, ist aber im Prinzip nur eine Erlaubnis zu sagen, okay, diesen Teil unseres Programms kannst du jetzt selbstständig weiter trainieren. Du bist doch kein Großmeister oder irgendwas Bombastisches, sondern du hast das auch so weit kapiert, du kannst das umsetzen, du kannst dich auf die nächste Portion in diesem Komplex stürzen und du kannst dann auch deine Studien intensivieren. Das heißt, wir haben quasi Lessons-Sets, die vorgeben, mit dieser und jener Quelle das und das zu trainieren. Du kannst aber in dieser Quelle auch noch mehr raus holen oder auch Sachen anders interpretieren. Also niemand ist böse, wenn man irgendwann sagt, die Technik, wie wir sie da in der Lessons machen, bin ich nie mit so zufrieden gewesen. Ich gucke jetzt mal in die Quelle rein und interpretiere es neu. Das finde ich fantastisch. Du hast jetzt schon online angesprochen, du hast die Möglichkeit angesprochen, sich mit anderen auszutauschen. Das heißt, der Austausch ist rede und erlebt und belegt wahrscheinlich auch. Dein Sohn, meine ich, kann man sich durchaus gegenseitig stützen. Ist das denn im Moment sehr aktiv in der Konzession? Also 1999 hat der Chris Thompson damit angefangen in Portland in den USA und hat es danach auch aufgebaut. Und ihm kam die Idee, nachdem er mehrere Seminare ging, weil er hat mal so eine Seminartour gemacht, wo wir im Greyhound-Bus irgendwie durch die halben USA und Kanada oder was weiß ich was gefahren ist. Und dann haben viele danach gesagt, oh, das Seminar war toll, ich würde gerne weitermachen, aber ich weiß ja gar nicht wie. Na ja, und dann 1999, Internet kommt immer mehr, er kam ihm die Idee, so ein betreutes Online-Programm zu tun. Da bin ich dann auch irgendwann mit eingestiegen. Kein Zufall, eigentlich nur, weil ich zu einem seiner Trainingsvideos auf YouTube eine Frage hatte bezüglich der Trainingswaffen. Und dann hat der Chris mich eingeladen, hey Mensch, wenn du dich dafür interessiert, hast du nicht Bock, da mitzumachen. Typisch deutsch habe ich natürlich erst mal gefragt, was kostet das? Und das Tolle ist, es kostet gar nichts. Es kostet nur, ich wollte es gerade sagen, Blutschweiß und Tränen, aber eigentlich Blutschweiß und Freude. Weil weinen muss keiner. Also es ist, wie schon gesagt, Non-Profit. Das heißt, es lebt nur davon, dass die Leute Spaß daran haben. Und man selbst ist dafür verantwortlich, weiterzukommen. Man selbst muss den eigenen Trainingsfleiß aufbringen. Die Kettererns und die Mentoren, also die quasi online unterstützen als Trainer, die schon entsprechend weit sind, die sind im Prinzip nur ein Support. Die können Sachen auf Video korrigieren. Das umzusetzen ist aber dann quasi die eigene, mit der eigenen Kraft und dem eigenen Teil zu tun. Das heißt, man muss dazu sagen, Chris Thompson ist auch jetzt politisch sehr aktiv mittlerweile und er hat viele interessante Sachen auch geschrieben zu Anarchismus und Anarchismus in der Wirtschaft. Da will ich jetzt gar nicht so weit darauf eingehen, aber es geht um Anarchismus. Aber tatsächlich ist es so, dass hier auf das Individuum vertraut wird. Wir haben eine gewisse Hierarchie, die ist aber nicht super streng. Und die leitet eigentlich nur dazu an, wie die es schon ein bisschen besser können, neben die an der Hand, die es noch gar nicht können oder noch nicht so gut und sagen, guck mal, so und so könntest du das machen, so und so läuft es und die Leute machen das. Und das Gute ist, es funktioniert bei uns auch sehr gut, weil die Quellen, die wir benutzen haben, die historischen Fechtbücher in Bezug auf das Highland-Bronzer sind bis auf ein paar Details relativ eindeutig. Das ist auch sehr fantastisch. Das ist sehr gut. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, habt ihr auch durchaus Kontakt mit vielen anderen? Man kennt HEMA als sehr große Organisation, viele andere Verbände und Vereine oder Gruppierungen, die sich damit beschäftigen und die Rekonstruktionen auch. Seid ihr denn in dem Austausch durchaus auch mit anderen? Weil ich meine, gewiss, hat das Wort dort Schnittstellen. Schnittstellen vielleicht zum langen Messer oder aber auch zu anderen ähnlichen Waffengattel. Ist da ein reger Austausch da? Gibt es da in der Community viel? Ja, also wir tauschen uns untereinander aus, ganz klar. Das haben wir auch schon gesagt. Was ist das hier? Natürlich suchen wir alle anderen, auch die Highland-Bronzer-Enthusiasten sind. Es gibt derer nicht so viele weltweit. Also die historische Fechtbücher-Community ist verständlicherweise sehr, sehr auf das lange Schwert konzentriert, auf die mittelalterlichen Kampfkünste. Wir haben aber gute Kontakte, zum Beispiel nach England und nach Schottland, wo es auch Gruppen gibt, die Highland-Bronzer trainieren. Es gibt mittlerweile auch in Deutschland andere Gruppen, die zusätzlich Highland-Bronzer trainieren und sehr viele in Kanada, Australien. Also auch außerhalb der Catroom Society tauschen wir uns mit anderen aus, weil davon lebt tatsächlich die ganze Community. Also historisches Fechten ist durch das Internet überhaupt erst zu groß geworden. Es gab Pioniere vor der Internetperiode, die das vorangetrieben haben, noch mit viel Mühe. Als das Internet dann aufkam, dann explodierte das regelrecht. Und so lebendig wie momentan ist die Szene eigentlich gar nicht. Wir sind als Highland-Bronzer immer noch Exoten, womit wir uns auch noch viel beschäftigen oder Austausch betreiben, weil wir Schnittmengen haben, technisch und auch historisch, mit den ganzen Säbelfechtern. Und da ist zum Beispiel auch hier in Deutschland ganz tolle kleine Werbeeinspielung, das International Saber-Symposium, das jetzt dieses Jahr im September stattfindet, ich glaube, 8.9. in Köln, war vorher immer in Hamburg, diesmal in Köln, und etwas später im Jahr, ist eine Zusammenkunft aus historischen Fechtern, die nicht nur, aber hauptsächlich, oder sehr viel Säbel, Broadsort, Backsort, Entenmesser, diese ganzen Geschichten... Das ist auch artverwandt. Genau, was artverwandt ist. Es gibt Detailunterschiede, von Quelle zu Quelle. Ein spanischer Säbelfechter, der in Mexiko um 1800 unterrichtet hat, macht Dinge anders, als der Highland-Bronzer-Meister aus dem späten 18. Jahrhundert. Und man kann aber viel dazulernen über die eigene Waffe und sich austauschen und Ideen austauschen. Und der Erfolg zeigt auch, wie groß diese Community ist. Also wenn man da als Trainer eingeladen ist, kriegt man einen Teil seiner Reisekosten wieder. Tatsächlich hat es aber so Leute angezogen, also wir hatten jetzt schon mehrfach Gäste aus Australien, Trainer aus Australien, aus den USA, aus Mexiko, schönen Gruß an meinen Freund Omal, Mexiko City, und auch Teilnehmer, die aus den USA angereist sind und so weiter. Und natürlich auch aus ganz Europa. Also wirklich den Namen international hat das Seelösymposium wahrlich verdient und ich habe da auch schon mehrfach unterrichtet. Das ist gut, weil es ist ja auch ein interessantes Zusammenkommen. Das heißt, Zusammenkommen, wie wir es hier auch im Cross Camp kennen. Und wir haben verschiedene Stile, wir haben uns im Graf Mager Cross Camp hier 2018 auch sehen, unterschiedlichste Leute aus den unterschiedlichen Ecken der Republik kommen daher und das habt ihr dort dann auch, logischerweise. Es ist also eine gewisse, ein Miteinander ist da. Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine politische Grenze hinweg. Das sowieso. Politik spielt gar keine Rolle. Wir sind einfach, wir sind einfach, ja man ist einfach beisammen. Ja, und da ist es dann auch toll in Australien da zu haben, den Andrew Brew, der polnische Säbelfechten unterrichtet oder einen Deutschen wie mich, der Highland-Broadside unterrichtet oder einen Amerikaner, der Intermesser-Sachen zeigt. Leute aus Frankreich, aus den Niederlanden und aus der Tschechei und wo überall her sind schon gekommen und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und ich hoffe, dass das auch weiterhin bestehen bleibt. Ist für uns als Broadside-Fechter eigentlich das spannendste, gezielte, thematisch gezielte Seminar, das wir eigentlich haben und toll, dass es in Deutschland stattfindet. Das ist jetzt fantastisch. Du hast ja schon gerade gesagt, wo geht es hin, also dass es sich so gut weiterentwickelt. Ist das auch eine Position, die du auch weiterhin so von der Entwicklung behalten möchtest oder möchtest du lieber gezielt sagen, die Broadside Academy, die Catalyst Society soll sich in eine gewisse Richtung entwickeln? Oder so es ist, läuft es gut weiter, es wäre schön, wenn es einfach so bleibt. In welcher Richtung siehst du es? Also so wie es momentan ist, die Catalyst Society ist es ganz toll. Wir haben noch, wir haben, also die alte Seite, wo dieses Online-Programm betreut wurde, wurde dicht gemacht. Es wurde abends auf Facebook verlagert, allein deswegen, weil halt auf Facebook halt eben viele Leute sind. Der Kontakt einfach ist, der Austausch einfach ist, das heißt, jetzt wird es über Facebook betreut, in einer geschlossenen Gruppe. Und wir haben so viele aktive, Einzeltrainierende, aber auch Gruppen wie noch nie. Also das Next, die Catalyst Society ist, wie man so schön sagt, well or the life. Auch der Austausch mit anderen Gruppen und was, glaube ich, den Erfolg zeigt ist, wir haben jetzt erst mal im Februar nächsten Jahres ein Gathering der Catalyst Society and Friends, so ungefähr. Wo findet das statt? In Kanada, in Winnipeg, im schönen Manitoba, im Februar. Es wird kalt und winterlich. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben gesagt, wir veranstalten das da. Also ich habe noch die Idee eines Euro-Gatherings, weil wir haben auch Leute, die in Finnland sind, wir haben Leute, die in Russland sind, die trainieren. Und auch ich habe gesagt, tolle Sache, ich bin zwar der Präsident, aber das ist eine Non-Profit-Geschichte, ich kann auf eigene Kosten diesmal nicht hinkommen, ist mir zu früh im Jahr. Macht aber nichts, ist es in guten Händen. Der Jay Maas von der Broadside Academy Manitoba ist, würde ich sagen, auf der anderen Seite des Atlantiks einer unserer aktivsten Leute, der auch ganz tolle Videoserien gemacht hat zu verschiedenen Quellen, wie mit dem Highland Broadside Arbeiten. Und er veranstaltet das, hat gute Kontakte zur Uni, das heißt, es kostet niemanden etwas, außer die eigenen Anreise und Unterkunftskosten. Und natürlich sind auch nicht nur Catwoman zur Seite Mitglieder geladen, sondern auch Leute, die Freunde, oder wer Interesse hat. Instruktoren gibt es auch schon einige, aus den USA, die kommen aus Kanada, aber aus Australien findet Paul Wagner, ein Pionier mit dem Highland Broadside, findet wieder den Weg, ein ganz netter Typ auch, habe ich in Hamburg schon kennenlernen dürfen, ein anderer Bekannter von mir, den ich auch auf einem Event kennengelernt habe, Robert Brooks aus England, kommt auch dorthin, also wird eine tolle Sache. Und das zeigt auch ein bisschen die Idee eines Catwoman Society Gatherings, mit der geht eigentlich die Catwoman Society schon schwanger seit... immer. Und jetzt nach so langer Zeit, ich sage jetzt mal, seit fast 20 Jahren, dass die Catwoman Society besteht, tatsächlich zum 20-jährigen Jubiläum, würde ich jetzt mal grob sagen, klappt das tatsächlich auch, dass eben dieses GESUIN stattfindet. Und das zeigt auch, hey, wir sind dabei. Ich würde auch sagen, auch der Umstand, dass ich als Trainer auf immer mehr Seminare eingeladen werde, zu unterrichten, zeigt auch, wir werden bekannter. Also die ersten Jahre habe ich das für mich mit meinem Bruder zusammen im Park trainiert, habe dann irgendwann beschlossen, mein Hintergrund ist, ich habe zehn Jahre lang Kendo gemacht ungefähr und während der Kendo-Zeit bin ich zum Freien Spannungs-Treffen gegangen von der Dog Brothers Trainingsgruppe, wo alle Leute eingeladen waren, ich bin Stockkämpfer und habe dann angefangen, rumzuexperimentieren und habe mich dann aufs Highland Brotsort verlagert, habe mir meinen ersten Single-Stick und Schild selbst gebaut, habe rumprobiert, Videos geguckt, Bücher gekauft, versucht mehr zu lernen und irgendwann war dann die Sucht da, wo ich gesagt habe, ich liebe Kendo, ich liebe Kendo immer noch, ich muss mich aber jetzt auf eins konzentrieren und ich habe natürlich im Kendo noch lange nicht alles erreicht, was man im Kendo erreichen kann, aber für mich schon so viel gesagt hat, jetzt muss ich mich entscheiden und dann habe ich, ich habe so 2006, 2007 angefangen rumzuexperimentieren und 2009 habe ich dann gesagt, okay, Feierabend, ich höre mit Kendo auf und gehe das Risiko ein für mich und mein Bruder hat sich glücklicherweise angeschlossen, dann mit mir zu trainieren, hat gesagt, ich trainiere das jetzt für mich und daraus hat sich jetzt mittlerweile eine rege, feste Trainingsgruppe entwickelt, ich kann mir den Präsidenten auf die Brust kleben der Catalyst Society und bin halt mittlerweile auch bei vielen Seminaren zum historischen, europäischen Fechten eingeladen als Trainer und das gibt ja auch schon ein bisschen Feedback. und doch hast du glaube ich das nicht ganz verwechselt, wenn mich nicht alles täuscht, hast du das Kendo nicht ganz weggelassen und es gibt nur noch die Schnellstellen über den Säbel, wenn mich nicht alles täuscht, hast du über das Guntojitsu im japanischen Bereich durchaus auch ab und zu mal versucht zu rekonstruieren? Richtig, da gab es mal ein, ich glaube, aus dem Jahr 1909 gab es ein Kenjutsu Kyoran, umso ähnlich hieß das, das war tatsächlich Semelfechten, Schrägstrich Kendo, also Japan hat da auch eine Entwicklung durchgemacht nach der Landesöffnung von traditionellen Kampfkünsten hin durch westliche, europäische oder auch amerikanische, lasst es sagen, weil es grüßen, Militärberater, seine Armee zu modernisieren und da gab es am Anfang den Zusammenhang, dass die Japaner erst mal angefangen haben, ich glaube, das war von den Franzosen, Säbelfechten und Stoßfechten zu lernen, mit dem Stoßfechten konnten die Japaner gar nicht viel anfangen, mit dem Säbelfechten schon und das wurde dann wieder ein bisschen japanisiert, das heißt, so wie auch die Waffe, zuerst hat man europäische Säbel benutzt, dann kam wieder ein bisschen japanisches Design rein, man hat also eine ganze Zeit lang Waffen benutzt, die so eine Mischung war aus Japan und Europa und das fand ich als ehemaliger Kendo-Car und jetziger Säbel- Brottschalk-Fechter super spannend und habe mich dann halt mal hingesetzt und habe angefangen, das zu rekonstruieren, so wie ich es verstehe, habe dann auch beim International Säbel-Symposium mal so einen kleinen Kurs dazugegeben, ich habe das jetzt nicht mehr weiter verfolgt, weil man kann auch nicht so, man kann nicht alles aber mein Herz hängt immer noch so ein bisschen dran, auch an dem Kendo, wie es vor den Zeiten Weltkrieg war, also als nur für Fußweger erlaubt war, das hat mich immer wieder fasziniert, also da habe ich den Kontakt nie ganz verloren und das hilft natürlich auch, ich habe immer noch Kontakt zu ehemaligen Kendo-Kameraden und wir trainieren auch in dem Kendo-Dojo eines meiner alten Trainer, da sind wir gern gesehene Untermieter und da trainieren wir, das heißt, ich komme rein, ich habe die Kendo-Rüstung und Kendo-Ruftung. So, der Sprecher aus dem Off kommt jetzt, jetzt kommen gleich die Einheiten und der liebe Heiko wird jetzt nachher natürlich Scottish Backhold Wrestling oder natürlich auch Highland Wrestling, je nachdem wie es heißt, präsentieren und ich habe das selber schon erleben dürfen, ist eine tolle Sache für Leute, auch die Anfänger sind, also wir fiel einfach auf, also mir persönlich jetzt so, dass da Leute trainieren können, also ich kenne es ja vom Judo, im Judo braucht man doch schon eine Zeit lang, bis man die Fallschule kann, aber das hat interessanterweise auch bei unserem Workshop in Günzburg sehr gut funktioniert, dass auch Leute, die zwar Kampfsport machen, aber es sind so die Judo-Cracks, wie der Marc oder ich sind oder wie du, die schon Erfahrung haben, sondern da kann man einfach spaßiges Ringen draus machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über das Backhold Wrestling. Also Backhold Wrestling oder Highland Wrestling ist gerade so der schottische Ringstil, man kennt Folk Wrestling Stile, die es dann überall auf der ganzen Welt gibt und dazu gekommen bin ich eigentlich auch, weil ich mich immer schon fürs Ringen interessiert habe, für alles, was ringerisch ist, hat mir gefallen und ich selbst habe jetzt seit 2016 angefangen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich habe vorher schon mal immer ein bisschen geguckt, aber jetzt haben wir zum Glück auch einen Kontakt nach Shopdant zum Zane Gray, der hat auch schon ein Seminar im Dojo beim Marc trainiert gegeben, da hatten wir ein schönes Highland Wrestling Seminar mit dem Zane als Einstiegsdroge. Das heißt, ich persönlich bin ein absoluter Ringanfänger und Backhold Anfänger. Ich zeige, was ich bis jetzt gelernt habe, aber das Gute ist, wie du schon gesagt hast, es ist ein Stil, der ist leicht zu lernen. Für Leute, die ein bisschen Sorge haben vor Körperkontakt, die werden bei Ringstilen, die in der Distanz anfangen, erstmal möglichst viel Abstand halten. Die Leute, die aber beim Backhold Wrestling anfangen, die werden wegen dieses Backhold Griffs gezwungen, so nah zu gehen, wie es nun geht. Und da haben manchmal viele gesagt, ich weiß nicht, aber es ist ziemlich simpel. Es ist eine simple Ringkunst. Du hast auch aus diesem Griff nicht viele Möglichkeiten, was für Techniken du benutzen kannst und deswegen ist es für Einsteiger super geeignet, überhaupt an dieses Ringthema sich anzunähern. Auf jeden Fall. Es gibt auch keinen Bodenkampf oder so. Und für Fortgeschrittene, die aber schon Ring-Erfahrung haben, ist es auch spannend, sozusagen in diesem limitierten Umfeld zu arbeiten. Für mich persönlich jetzt als erstmal Schwertkämpfer war es halt spannend zu sehen, ach guck mal, Techniken im Backhold Wrestling heißen genauso und werden auch ähnlich ausgeführt wie Nahkampftechniken, das haben wir heute bei dem ersten Kurs, den ich gegeben habe, gemacht haben, wie Nahkampftechniken mit dem Broad Sword. Das heißt, die haben eine Schnittstelle? Richtig, wir haben eine Schnittstelle, die jetzt auch für mich, ich meine, ich bin jetzt 39, ich werde jetzt bestimmt kein Weltklasse-Highland-Restling-Typ mehr, wenn ich mir die Leute in Schottland angucke, die das machen oder auch im Norden von England, auf Sardinien gibt es einen ähnlichen Stil und woanders auch, also mit dem werde ich mich nicht mehr messen können, aber kulturell und geschichtlich habe ich da Interesse dran, es macht auch einfach Spaß, es ist simpel und diese Schnittstelle zu den Waffen ist tatsächlich grandios und das ist auch ganz toll, weil Zay und ich tauschen uns viel darüber auf, weil er auch gerne wissen möchte, woher kommt dann das High Cold Wrestling und er kennt sich mit Waffen nicht so gut aus in Bezug auf Schottland und deswegen arbeitet mit ihm viel zusammen. Er zeigt mir das Ring, ich zeige ihm den Schwertkampf und wir gucken, wo sind die Schnittmärer und die zu finden, also er hat sich in kürzester Zeit viel gefunden, zu sagen, wow, ja, richtige Augenöffnung. Klasse, fantastisch. Noch ein paar abschließende Worte? Ja, Heiko, was sehen wir heute von dir? Genau das, was ihr beschrieben habt. Genau das, was ich eben beschrieben habe, nehme ich jetzt noch ein bisschen High-End Wrestling, Back-End Wrestling auch in Bezug auf, was hat man mit der Waffe gemacht und ich hoffe, wir werden viel Spaß dabei haben. Ich hoffe, man muss dazu sagen, bei unserem Training in der Nähe von Frankfurt kann sich jeder bei mir über Facebook mailen oder per E-Mail oder sowas, die Kontaktdaten können wir vielleicht noch einbauen in dem Video. und wir haben aber auch das Online-Programm, also wenn irgendwo in Deutschland da einer ist, der sagt, ich will kein langes Schwert trainieren, ich möchte gern was anderes trainieren, dann schreib mich an, fang einfach an zu trainieren, ich kann dir sagen, welche Bücher du kaufen kannst, ich kann mir die Videos zeigen, die du angucken kannst, ich kann euch helfen, eure eigene Gruppe aufzubauen, wie schon erwähnt, es kostet euch gar nichts, außer eure eigenen Bücher. Und ich sage, es ist schön, wenn wir exot sind, es muss gar nicht jeder Online-Broad-Sort trainieren, aber es würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute Interesse daran haben, das zu trainieren. Ich muss jetzt natürlich noch einwerfen, ich beschäftige mich jetzt auch ein bisschen mit Backhold-Wrestling, natürlich aufgrund meiner ringerischen Interesse, im Kraftmager-Training-Center Günzburg, wir sind ja auch Instruktoren für Functional Fighting Fundamentals, kann man hervorragend mit einbringen und mir fiel an dem am heutigen Tag sowieso schon wieder auf, ihr habt eure Einheiten quasi im Endeffekt abgehalten, aber es war im Endeffekt so lustigerweise, hat fast jeder ähnliche Sachen gemacht, also ihr wart quasi so mit Würfen und Hüftwürfen und sowas, das ist das Tolle, dass sich das dann einfach überschneidet und ich finde auch für das Backhold-Wrestling kann man sehr gut als Greco-Roman-Ringer oder so, kann man sehr gut Sachen mit reinbringen. Ja, auf jeden Fall, kurzer Einwand im MMA, kann das auch ganz toll angewandt werden. Perfekt, ja. Es gibt noch einen anderen tollen Backhold-Wrestler, der auch das sehr stark vorantreibt, weil leider Gottes ist das tatsächlich im Schottland nicht so populär, nicht mehr, wie man denken sollte, abgesehen von Zayn gibt es noch den Fraser Hirsch, der versucht das voranzubringen und der kämpft auch MMA, der kämpft auch Grappling-Turniere und so weiter, der hat schon bei BJJ-Turnieren oder auch im MMA tatsächlich Backhold-Techniken angewandt. Also auch hier der Punkt, wo man sagen kann, auch für Leute, die MMA trainieren oder irgendeinen anderen Grappling-Kurs, ist das bestimmt interessant, auch da mal was zu machen. Ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich dir etwas Neues zeigen kann, aber beim Backhold-Wrestling können Sie eine neue Situation vielleicht finden und sagen, oh, das funktioniert ja in meinem Bereich, in der der Situation auch ganz toll. Dann freut es mich, dass du gerade hier bist und das CrossCamp mit dir bereicherst und total klasse, wenn dann, also jemand sagen möchte, er möchte seine Möglichkeiten mit einem Variantenreichtum versehen und dadurch an Heiko Große kommen können. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.